ARD Text im Auftrag von Funk also ich kann keine Knochen einsammeln Knochen sind wichtiger als die die Supergruppe zu holen, wie fühlt man sich auf einer rauskommt und so mehr nicht eigentlich die Welt man irgendwie mega langsam weil die kann Monster kommen mehr Monster Herr Kauser und da zu Maria er der Mariener der Mario und hätte mir mal gehen holen das ist schon okay irgendwie ist jemand der Fall doch nicht der beste er vor allem ich stehe ich habe 30 Level ich habe auch 10 Level ich möchte jetzt mal 30 Level haben so wie Skelett Super Mario ich mag es sehr, mit der Spiele zu reden was machst du denn gerade eigentlich? Gabelfarme schüffelig guck mal Skelett Bogenschütten Duell Oh, er ist tot, Mist ganz glatt, genauso gut wie du wird man ist wird richtig im Bogendorff verlieren Oh nein nicht schon wieder bin voll in Lava gefallen Nein, boah, nein Nein, nein, das ist mein Grieber nicht mit 30 Leveln Nein, nein mein Spiel übrigens nein du hast mir das weggenommen ich glaube, nachts fahren ist effizienter als die Monsterfalle Oh nö, die Nacht ist vorbei Alter, wie wird der Kuh überfliegt, ne? ich finde das Geist, äh, das Skelett und so wie ist es mit Rüstungsbaum ja, das ist richtig geil mit Rüstung ne, aber vor allem mit Kettenrüstung und da ist ne relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die Kettenrüstung kriegt ja auch verzauerte Kettenrüstung und die Verzauberung sind nicht schlecht ja, ich weiß Verzauerte Kettenrüstung hab' ich noch nie gesehen ich schau' ich hab' letztens wir haben eine kompletten Verzauerten Kettenrüstung gesehen komm, Skelett, schieß die Creeper ab äh, hier war noch ein Kettenteil komm, Ske... Skelett, schieß die Creeper ab komm wir sind drei Creeper, Junge ich brauch' allen nur noch einen Hit glaub' ich komm, schieß die komm, schieß die Creeper ab komm, jetzt schieß schieß doch du triffst auf jeden Fall den Creeper ja, nein, die brauchen mehr als einen Hit Alter haha Scheiß, Skelett nicht mich abschießen Creeper abschießen nein, die exkludieren scheiße komm, jetzt den roten Creeper abschießen schieß den roten Creeper ab ach, komm schon jetzt muss ich die bei dem killen würde ich kriegeln ja gut, dann schieß auch noch schade Creeper okay, in dieser Höhle war schon jemand ja, wir beide und jetzt ist das Skelett verbrannt oh no, ein Herz du du, was ist denn passiert da? nö ist der Creeper wie ist der Creeper ja irgendwie ist das keine richtige Bestrafung, weil er hat hier überhaupt voll wenig geredet mich wäre es viel mehr Bestrafung gewesen, weil ich die ganze Zeit rede ich glaube, es wäre eine Bestrafung für die ganze Zeit reden zu müssen was? ja, ist so der muss doch eigentlich die ganze Zeit reden das haben wir sogar vereinbart das haben wir sogar vereinbart ne, ich lass das Julian, hast du Kabel? ja, nicht so viel ich hab noch vier Stacks jetzt aber ich brauch auch richtig viel also du kannst doch einfach äh, ich muss gar kein Koppel formen aber da geh doch einfach unten in die Monsterfalle da ist doch noch richtig viel Koppel dafür hatten wir es doch hauptsächlich gemacht ja geh einfach in die Monsterfalle da ist noch irgendwie keine Ahnung 10,6 oder 20,6 Koppel deswegen sollst du du brauchst gar keinen Koppel form wofür machst du das überhaupt? drüb 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 so tauscht jemand Diamanten gegen Holz? ja, ich wie viele Diamanten gegen ein Steckholz? weiß ich nicht, ganz und Schaden er sagt was ist mir egal mir auch gut dann nehme ich okay ein Diamant gegen eins der Koppel ja gestern hast du sogar noch 10 vorgeschlagen, Alter ja, dir ist doch egal ne, so egal ist mir das jetzt auch wieder nicht ich würd niemals eins der Koppel für einen Diamanten ergeben will ich auch nicht machen eben Kirche, 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 Kirche wenn man genau überlegt habe ich fast schon am meisten gebaut in Let's Play Leonard die ganze Zeit schon, ich sehe irgendwie schon 20 Folgen nur so ne Kirche holy shit beziehungsweise seit Folge 35 oder so hängen die an der Kirche aber zwischendurch habe ich ja noch andere Sachen gemacht ja wenn wir Öfen was? also Krüper was? also Krüper zumindest die Mauern Alter das ist so hoch, ne? 5 Blöcke über das wäre dann der Obenzucker das ist cool du 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 hier ist ein Mann das ist Spawner das ist cool sind da so irgendwelche entscheidenden Bücher drin? Glück 3 das ist 3? Glück 3? ja ey was, wie, was gibt's mir das? bitte was gibt's mir das? nichts doch, was willst du haben? bitte was willst du haben? was willst du dafür haben? sag was 10 Dias? 10 Dias ist ein bisschen zu viel komm bitte, let's sag irgendwas, bitte let's bitte sag irgendwas was willst du dafür haben? was willst du für Glück 3 haben? komm komm schon sag 10 Dias? 10 Dias? wie viel willst du haben? lad sag den Ort hallo du bekommst das nicht, du böse Wicht nein, bitte dann sag schon sag du willst das auch sowieso nicht haben lol welcher Creeper hat denn Exos Haus in die Luft gesprengt? Lennart, was tut das oder war das Exo? Exo? ich hab kein ich hab nicht mein Haus in die Luft gesprengt also hier fehlt hier ist ne Ecke weggesprengt oh Lennart, was tut das? no wer dann? ich weiß nicht komm mal in die Aufnahme rein mal egal ich mach mir gleich ein Haus aus Diamantblöcken pfff oh nur ihnen nennen t 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 mach ich denn jetzt t t t m was mach ich denn jetzt t t t putz boah ich kalt holzfällen da ist welch noch was oh 1 so so was was war das? warum ist denn schon wieder weg? k als Schammer sie schimpft also Landmann an alle Leute kommt auf dem Weg er kriegt so wird er noch holzfällen mit fernwitzel er wolle aber mehr mit abletzten ob es gerade nicht gestorben was ist der licht wie viel holz wird es nur mehr für am preis deckt also drei dias geben 3 dias ja Ich glaube, einen halben Stick oder so. Mach mal fünf Dias und dann den Ganzen. Okay. Finde ich in Ordnung. Aber von, ähm, Fichtenholz. Fichte? Nee, nee, nicht Fichte. Eiche. Warte. Das ist ganz normale, meinst du, oder? Das ist weg. Nicht Birke. Warte, das, was du in der Truhe hast. Hier. Ähm. Ja, das. Eiche. Genau. Kurz auf, kaa. So. Äh, von dem meinst du, vom Eichen? Also? Ja, vom Eichen. Ja klar, warte, kann ich übrigen. Ich geh jetzt sowieso, ich geh jetzt nämlich noch schnell Holz fällen. Für dich. So, das ist doch alles Essen. Ich hab' mir nichts hier unten reingetan. Ich hab' noch 46 Lieder übrig, ich könnt' nochmal ein Zaubertes machen. So, das kommt dahin, das kommt dahin. So, Holzfällen. Juhu. Ja. Nach 40 Folgen gehen wir wieder Holzfällen. Ich hatte das letzte Mal vier Stacks, gut, hat das. Und die sind mir auch lange nicht verbraucht. Das ist voll geil. Warum will er mir denn nicht sein Glück-3-Buch geben? Verkaufen. Wir. Also, du. Untertitelung des ZDF, 2020